Hier, dein Parteibuch. Übrigens, das ist gar kein CDU-Parteibuch. Das ist von der SPD. Voller Geschmack, null Inhalt, keine Kalorien. Siehst du, wenn du willst, kannst du alles haben. Wenn du willst, dann bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Sigmar Gabriel. Und wir sind gar nicht im Wohnzimmer, sondern im Willy-Brandt-Haus. Und wir feiern den Wahlsieg. Aber nicht hier, sondern hier. Und wenn du nach Hause kommst, bin ich nicht mehr Sigmar Gabriel. Probier es und fühle es, was möglich ist. SPD, echter Geschmack, null Ritrat, null Kalorien.